Ihr steht im Weg! Simon! Oh Mann, echt übel! Und natürlich keinen Saft drauf. Das dauert ja ewig, es geht nicht weiter und keiner will mit mir spielen! Vielleicht geht's damit schneller. Spielen? Spielen? Get out! Was ist? Oh Mann, Kinder sind echt anstrengend. Ihr sollt abhauen! Na endlich! Simon, du musst damit aufhören! Sag mir nicht, was ich tun soll! Hör mal, ich will nicht streng mit dir werden! Ach ja, du bist ein Spielverderber! Ja! Oh! Ja! Mensch, Simon, beruhig dich endlich! Beruhig du dich doch! Hör mal! Nicht gut! Ich muss meine Strategie anpassen! Ich will, dass ihr alles abhaut! Hey, Simon! Sollen das Schläge sein? Sieht für mich nach Kuscheln aus! Ach ja? Und wonach sieht das für dich aus, du Fiesling? Was war das? Was war das? Ein Kitzel? Hier bin ich, Simon! Ist das alles, was du kannst? Ich dachte, mit dem Anzug bist du hart drauf! Hör auf, mich zu ärgern! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Simon? Das war gemein! Du bist ja echt mies! Hey, Simon! Was ist? Willst du mit mir Schach spielen? So, Muslimas? Darf ich's halten? Wow, wie cool ist das denn? Wie spielt man das? Tja, da fragst du vermutlich den Falschen! Schlaf gut, Kumpel! Oh, fast vergessen! Ich muss leise sein! Der Kleine ist eingeschlafen! Tut mir leid! Mein Schachzug war ein voller Erfolg! Mir scheint, ich habe ein neues Talent entdeckt! Ja, ewiger Ritter? Du kannst den Stau jetzt auflösen! Ja, Sir! Komm schon! Bitte, schau her! Und, wie läuft's? Hey, wie lange sitzt du da schon? Schon lange genug für... Schach! Schachmatt! Oh, hey, Gwen! Brian? Nein! Nein!